Musik 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 Schmeiß mich mal ho... Da wird's gecleared Oh fuck Lass du... Bleib du mal unten So und dann schmeiß mir mal hoch Jetzt schmeiß mir mal hoch Achso, wenn's unten ist Hüpfen Okay Ist noch da? Ne, jetzt ist weg Warte, was steht da drauf? Fuh, shout not, remake this pa... Ach, ich weiß was Mer... Geh zu dem Amboss und hol dir da das Blatt Papier Ja und dann? Schreib drauf 23045 Habe ich schon Und es geht nicht 23045 Ja Habe ich Und jetzt werfe ich's da rein Checking Und dann steht da Wrong irgendwas Ah warte, da kommt richtig Ich Leute, wie dann dauert das? Okay, warte, warte mal Ich glaub ich muss Warte Ich muss die Treppe wieder hoch machen Kann das sein? 23045 Hast du? Jetzt pass auf Jetzt pass auf Ich glaub ich hab hier einfach mal den Spawn umgesetzt Dass ich einfach hier den Zettel nehmen muss Und dann da rein So Und dann den Zettel nehmen Heavy den Spawn und dann den Chat Warte hier Ich hab den Zettel Ich hab grad schon was Rein Hier, guck Du hast nämlich sterben müssen Aha Okay Different Jetzt muss der Spawn aber wieder umsetzen, gell? Äh, kommt grad eh niemand Aber, ja Okay, warte, warte So Oh lol Okay Warte Ist das wieder so ein Rätsel? Ja, das ist der gleiche Raum Aber jetzt sind die Kolben einmal nach hinten Und jetzt siehst du andere Bilder Hä, wie, die Kolben einmal nach hinten? Ja Boah Juli, Juli Hol mir mal das türkisene links von dir Okay, warte Fuck Es sind sieben Wie viel sind das? Sieben Okay, sieben ist die erste Zahl Okay Ja, ich hab's, ich hab's im Inventar Sieben Dann Dann Die komischen Flachteile Sieben Ähm Dann kommen die, die braune Böppel hier Die sind grau Ja Ja, ne, ne, ne Also, was, was, du hast Ich hab's sieben Sieben Du hast sieben Dann brauche ich Dann brauchen wir das da noch Das da, das Pink hab ich, ich hab Pink 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 brauchen wir nicht Achso, doch Wie viel Pinke? Fünf Also Pink Also Pink, nicht Lila Hä, was jetzt? Also wir haben Sieben Eine Zahl Acht Dann deine fünf Und das grüne Ja Ähm Ähm Sieben Zwei Sieben Sieben Juli Sieben Zwei Ähm Acht Ja Fünf Ja Und die hellgrün Wie viele waren das? Aus sieben Okay Und ich würd sagen, wir machen hier eine Pause Ja, wenn ich das jetzt reinwerf Okay So, Raum sechs ist nächste da Okay, das wärs dann hier schon mal für die Aufnahme Ich würd nicht reingehen Ne, mach ich auch nicht Sag mal Ich hab nur reingeguckt Oh, okay, gut Soll ich dich reinschlagen Ne, dann wissen wir, ja, was uns erwartet Und dann Sehen wir uns das nächste Mal wieder Diesmal dann nicht beim Failen, sondern beim Sohn Ja, jetzt headestren wir unten Bogen raus Also ich glaub Ja, auf jeden Fall Und dann bis zum nächsten Mal Lass uns gecheckt Ja um ja es ist ja wie gesagt eine Rätsel adventure mit mit Codes und der Janis natürlich auch wieder dabei und wir sind doch letztes Mal stehen geblieben bei Channel 6 genau okay mehr wohl als erstes mach ich okay okay lol muss ich jetzt hüpfen lol wo bin ich jetzt ich bin jetzt oben hey wie du bist oben hier oben was bekommt wo okay okay und was muss man jetzt machen okay warte hier ist eine Map die Map habe ich nicht mal einen Knopf ja okay mach mal den links habe ich gedrückt was ist passiert kommt bei dir ein Ton ja da bewegt sich irgendwo ein Kolben okay warte äh warum ist jetzt das da oben blau äh ne hä es wird da oben immer blau bei mir da bewegt sich aber du siehst doch dass es heller wird oder was wird heller der Raum ich habe hier oben eh Probleme dass ich da oh lol was war das ähm oh lol okay alter was war das lol wo hast du drauf gedrückt auf das mittlere Teil so kann man also die Dings verändern was machst du ja haben wir jetzt die Map kaputt gemacht oder was ah ne jetzt hä das ist wieder Nacht was ist jetzt jetzt ist ich bei mir blau ah ich glaube ich weiß was ihr machen müsst ich bin mir nur blau jetzt also guck wenn ich auf den drückt wird guck mal hinter dich auf den auf das Dings ja so ist Nacht ja so ist halber ja so ist halber so und so ist Tag ja 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 gut was ich ganz recht ah 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 ok also Sekunde hä warte vier mal TNT explodiert bis jetzt fünf sechs sieben acht acht explodiert TNT oder was nein zehn elf kann ja irgendwie nicht sein ok warte mal ich probiere was anderes ok mal pass mal auf nein 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 du musst das machen der code error not time parameter set was du musst jetzt gerade drauf drückt ja nicht alle durch warte das stellt doch auch separat die Zeit um gell wie separat das stellt separat die Zeit um das das und das und das in der Mitte macht ja diesen macht ja diesen schnellen diesen äh schnellen switch ja so was hat die Karte hier zu sagen weiß ich nicht und runterfallen wäre auch scheiße oder ich glaube schon was passiert was was passiert wenn wir jetzt die Sonne einfach mal untergehen lassen wo steht schon wieder drauf gedrückt ups wir lassen die Sonne untergehen hast gesagt jetzt ist ein anderer Mond jetzt ist schon wieder achso der Mond ok was ist jetzt no time parameter set ah vielleicht gibt es zwei verschiedene Monde also ich die erste Zahl 2 1 2 6 10 11 11 11 12